Was ist die Möglichkeit, dass wir den Bürgern die Möglichkeit geben, auch diese neuen Möglichkeiten vor Ort zu nutzen? Alleine sind wir nicht unbedingt am wandlungsstärksten. Wir müssen uns da schon mit anderen zusammentun, dass bei solchen Veranstaltungen optimal aus verschiedensten Blickrichtungen die Ideen zu bekommen, das hilft schon ungemein. Wie viele verschiedene Ideen, nicht nur die Ergebnisse des Tages, sondern auch die Zwischenschritte, waren sehr interessant, den generellen Bedarf und die Ideen dazu zu sehen, was man alles machen könnte. Da kann man sich viele schöne Sachen raussuchen, die man sich als Ziel setzt, das in den nächsten Jahren dann auch umzusetzen. Und auch mal die Sicht aus der Perspektive anderer Akteure zu sehen, außer dem Blick auf die Verwaltung, das ist halt auch ganz interessant und spannend. War gut.